Hallo, herzlich willkommen. Wir sind hier im Hotel Oranien in Naschstetten. Das ist mein Mann, Thomas und ich bin Sandra. Wir betreiben hier ein kleines Familienhotel, mitten im Herzen vom Blauen Ländchen, unheimlich zentral zum Rhein, zur Lahn. Man kann den ganzen Tag hier viel unternehmen, aber abends seine Ruhe hier im Haus zu haben, das pflegten wir. Ja, und vielleicht sehen wir Sie ja auch mal in unserem kleinen Familienhotel hier am Rande von Naschstetten mit ganz viel Ruhe und leckeres Frühstück und gemütliche Zimmer.